in unserem heutigen charttechnik update schauen wir uns den goldpreis an ja und da sieht es momentan auch sehr interessant aus hier spielen sich so bullen und bären gegenseitig momentan die bälle hin und her der angriff auf den mittelfristigen aufwärtstrend der ja anfang dieses monats der angebot seite letztendlich wieder überlassen werden musste dieser angriff scheiterte zuletzt der goldpreis musste sich zurückziehen aber die unterstützung bei 1296 us dollar die grün eingezeichnete horizontale trendlinie konnte also dem abgabedruck standhalten momentan läuft der versuch die 50 tage durchschnitts linie zu überwinden die verläuft momentan bei 1.305 us dollar momentan notiert das gelbe edelmetall auch knapp oberhalb des 23,6 prozent fibonacci tracens bei 1.303 us dollar das heißt mit anderen worten wenn wir heute jetzt darüber schließen könnte es weiter aufwärts gehen bis zum genannte mittelfristigen aufwärtstrend bei aktuell 1316 us dollar knapp darüber liegt hier die obere trendkanallinie bei 1318 us dollar erst dann könnte die rückkehr in den mittelfristigen aufwärtstrend gefeiert werden ja momentan sichern also der 50 tage durchschnitt und das 23,6 prozent fibonacci retracement nach unten ab darunter müsste es dann noch mal und ja müsste noch mal ein test der unterstützung bei 1296 us dollar gerechnet werden wie gesagt momentan doch eine recht zuverlässige unterstützung darunter wäre allerdings dann der weg frei bis zum 38,2 prozent retracement bei 1275 us dollar relativ Pič hier habe es